Soundcheck 100% live Ein paar Sekunden vor 9, bevor es Punkt 1 ist, wir sind live im Auditorium Reisender Bozen, Radio Freier Fall. Wir haben kürzlich eine Live-Sendung im Radio im Reisender Bozen gemacht, bei Radio Freier Fall. Es war wieder eine neue Situation für uns alle, es war eine neue Herausforderung, weil niemand genau gewissert, was auf uns zukommen wird, wie wir die Live-Situation meistern. Es war natürlich auch ein bisschen Neurosität da, weil live im Reisender Spiel ist echt ein bisschen anders als im Probelokal. Also wir haben dank Radio Freier Fall die Möglichkeit gehabt, im Reisender Studio live zu spielen. Sehr großer Erfahrungswert für die Jambalaya Band. Tolle Situation, wir haben wirklich eine gute Figur gemacht, glaube ich, und zwar ein tolles Erlebnis. Wir sind kompakt aufgetreten, haben sogar ein Posing hingelegt, das man im Radio zwar nicht sieht, aber umso schöner war der Auftritt, den wir gemeinsam absolvieren haben dürfen. Der Soundtechniker verortet das Ganze live mitgeschnitten und ich muss sagen, das Arena ist sehr positiv, also ich bin zufrieden und das war ein gutes Konzert. Musik 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 Some days you gotta dance.